Hallo zusammen, mich hier ist wieder Heutela und schau ich wieder für euch in DragFlight unterwegs. Uns wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Pet Guide präsentieren. Heute geht es wieder mal um ein kleines Pet, wo wir ein kleines Event starten müssen für. Wir befinden uns einmal im dritten Gebiet, das Azulblaue Gebirge. Und hier sind wir einmal auf den Koordinaten 51, 54. Das ist so ein kleines Tusker Lager, wie ihr hier seht, an dem See gelegen. Oder ist das ein Fluss? Naja, naja, ist ein See. Und dort haben wir einen kleinen Tusker NPC. Nubtuk schimpft sich der und mit dem können wir einmal quatschen. Und wenn wir das machen, ich hätte gerne eine Schneeblendenbrille, so rum. Dann kriegen wir einen Buff und sobald wir den Buff drauf haben, sehen wir hinten ein Pet. Und das müsste das sein, was wir uns holen wollen. Weißstopsel ist das. Und jetzt können wir mal gucken, das müssen wir einfach wieder mit Pet Battle angreifen. Und dann, warte mal, das geht nicht. Gucken wir mal so. Ah, ich bin im Kampf. Ah ja, ich habe Shadow Melt, easy. So, sind wir aus dem Kampf raus. Und ihr seht, Weißstopsel, das ist einfach ein ganz normales Pet. Hier können wir es uns einmal ein wenig angucken. Das ist das hier. Sieht ganz nett aus, tatsächlich. Und ja, mehr müsst ihr nicht machen. Jetzt müssen wir es nur noch fangen. Und sobald wir es eingetütet haben, haben wir ein Pet mehr. Das war es dann eigentlich tatsächlich schon. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Wenn ihr wollt, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Euer Tela, bis zum nächsten Mal. Ciao.